hat man sich für die mitglieder im februar spezielle themenwochen ausgedacht und ich glaube ich rede schon wieder wie komisch dadurch dass restaurants cafés und hotels im allgäu immer noch geschlossen sind werde sie auch mann sorry bereits vergangene woche habe der freie wähler kultusminister piazzolo den start des wechselunterrichts für mitte februar verkündigt verkündet so vielleicht fang ich auch noch bei euch an als professionelle krapfen füllerin warum macht spaß er darf ich noch ein machen was ist das